Hallo und herzlich willkommen zu unseren Buchtipps. Heute möchte ich euch den neuen Roman von Nino Harateshvili vorstellen, Die Katze und der General. Der russische Oligarch Alexander Orlov, auch der General genannt, versucht sich in Berlin ein neues Leben aufzubauen. Doch die Erinnerung an die Grauen des ersten Tschetschenienkrieges lassen ihn nicht los. Vor allem die furchtbare Nacht, die der jungen Nura zum Verhängnis wurde, quält ihn. Er sieht die Zeit der Abrechnung bekommen. Dazu brauchte Orno den Schreiberling, der schon lange ein Enttüllungsbuch über den General schreiben wollte und die Geschehnisse von damals nun neu aufrollen will. Und die Katze, eine eigenwillige Schauspielerin. Um auch seine eigene Schuld zu sühnen, muss er die Männer, die damals beteiligt waren, ausfindig machen. Kraftvoll erzählt die Autorin von Grausamkeit, von Schuld, Sühne und der Sehnsucht nach Frieden.